Robi hier mit Five Nights at Freddy's 3. Ein Spiel jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Das pure Grauen wird uns erwarten. Coming soon. Flashbear's Fright. The Horror Attraction. Es ist für wahr ein Horror. Das pure Grauen. Nacht Nummer 1. 12 Uhr Geisterstunde. Hey, hey, glad you came back for another night. Hey, hey, hey. I promise it'll be a lot more interesting this time. We've got some great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So, uh, let me just update you real quick, then you can get to the work. Like, the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire. Uh, when the place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you and pass you and out the exit. Uh, yeah, you've officially become part of the attraction. Uh, you'll be starring as... the security guard! So, not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out of the corner, but you'll also be a part of the show. It'll make you feel really authentic, I think. Uh, now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan. Very old school. Metal, though. Watch the fingers. Uh, heh. Uh, right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky crops. Uh, I honestly thought we'd have more by now. Uh, if we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, Yeah! Uh, but you know, like I said, we're trying to track down a good lead right now. Uh, some guy who helped design one of the buildings said it was like an extra room that got boarded up, or something like that. So, we're gonna take a peek and see what we can find. Uh, for now, just get comfortable with the new setup. Um, you can check the security camera over to your right with the click of that blue button. Uh, you can toggle between the hall cams and the fancy cams. Uh, then over to your far left. Uh, you can flip up your maintenance panel. You know, use this to reboot any systems that may go offline. Uh, in trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit. Heh heh heh. Some of this equipment is barely functional. Uh, I wasn't joking about the fire. That's, that's, that's a real risk. Uh, the most important thing you want to watch for is the ventilation. Look, this place will give you the spooks, man, and if you let that ventilation go offline, then you'll start seeing some crazy stuff, man. Keep that air blowing. Okay, keep an eye on things, and we'll try to have something new for you tomorrow night. I'll try again. Okay, let's go... Ooo, gosh. Maybe this is a really bad thing. But, I'll try again. Keine mehr durch. Kein Gottverdammter Teddybär. Kann ich Soundfile spielen in verschiedenen Räumen? Play Audio. Interessant. Nichts zu sehen, weit und breit. Eine ruhige Nacht. Leicht verdientes Geld, auch wenn es nicht viel ist. Hätte ich nur was Anständiges gelernt. Hallo. Hallo. 6 Uhr. Morgen. Allzu leid. What the hell? Was? W-A-S-D. Wo bin ich hier? Komisches. Minispiel. Komm schon. Freddy, bewegt deinen Arsch. Ah, follow me. Wer ist das? Pinker Bär. Ich folge dir bär. Wohin auch immer. Hü? Error? Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Was ist deine Kreatur? Das war Slenderman in Pink. Das war Mrs. Slenderman. Hey man, okay, I have some awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training gazettes. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I thought we could like have them playing like over the speakers as people walk through the attraction. Dude, that makes this feel legit, man. But I had an even better surprise for it. I think you're not going to believe this. We found one. A real one. Uh, uh, gotta go, man. Where's the area that I look like? Stay there! Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, Matt. Hello? Hello, hello? Hello? Welcome to your new career as a performer slash entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. This case will provide you with much needed information on how to handle slash climate. and then we're going to slash climb out of mascot costume. Right now we have two specially designed suits that double as both animatronic and suits. So please pay close attention while learning how to operate these suits as accidents slash injury slash death slash irreparable and protest. Oh Jesus Christus! A child of the space! Ventilation! Operating! Quick! Quick! Or what? Ventilation! What are you doing? For maximum entertainment slash crowd-initiative. To change the animatronic suit mode. Video error! Oh, alles hier drin verreckt, leck mich doch am Arsch! Oh, wer ist bereits hier? Auf sich des Todes! Geh da rüber, du Nerd! Gottverfluchter Freak! Terminator... Ase... ... oder was auch immer du bist... So ist recht, bleib da stehen, du Bitch! Schnell, das System wieder hochfahren, bevor die Bitch kommt! Natürlich, Ventilation... ... aber ja klar, dass dieser dumme Wichser hier herkommt... ...FUCK YOU! ... 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 Ich höre ihn, er ist in den Ventilatoren-Schächten. Da bist du. Der ist bereits verschlossen, du kannst ja nicht durch. Du kannst nicht vorbei. Du hässlicher Freak. Ja, da bist du noch, du hässliches Gesicht des Todes. Da kommst du nicht durch. Geh hoch, geh nach oben. Geh nach oben, schau dich um. Es sind viele Geräusche in den Räumen. Hi. Geh dahin, du Nerd. Du hässlicher. Hi. Schon wieder Fehlermeldungen. Schwules Kack-System. Audio-Device. Alle Systeme sind wieder bereit. Und du rennst wieder in den Schächten rum, du Mörder. Da bist du. Keine Bratze. Gottverfluchte. Wo ist er jetzt hin? Geh da hoch. Gott sei Dank. Es ist vorbei. Und wieder dieses Kack-Spiel hier. Ich laufe nach rechts. Follow me. Ja klar, in die Falle. Und wie diese Schwuchtel da engalopiert. Das glaube ich dir sogar. Da liegt die Leiche noch von dem Bär. Die Leiche Freddy. Error. Und das Kirche kommt wieder. Ah, wer ruft mich da wieder an? Wer nervt? Hallo? 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 Ha! In der Falle. Das ist schon ein Schmerz. Er ist in der Falle, Mannch. Ah, ich sehe ihn. Er ist da in dem Raum. Die Kameras sind absolut schwachsinnig. Du siehst gar nichts darauf. Ich kann nur erahnen, was ich darauf sehe. Soll man so arbeiten? Unmöglich. Oh mein Gott, wo kommt das? Das ist ein Teddybär. Das ist Freddy. Wenn du mich ein Lied singen, dann liegt das Grauen. Schnell weg hier. Geh weg. Was finde ich, Freddy? Geh da rüber, ja? Schau dich da um. Erwartet dich eine Überraschung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm jetzt nicht, du verrückter Mungo. Lass mich das hier hochfahren. Hallo? Hallo? Ja, da im Raum Nummer 5. Oh mein Gott, warte! Oh, Freddy! Du hast zum Teil mich! Ah, no! Oh, reparier doch die Scheiße, schnell! Das ist der Schnee muss verlaufen! Reparier doch! Töte mich nicht! Ich stelle mich tot. Du kannst mich nicht sehen. Wo ist er jetzt, der Idiot? Hier! Oh! Das Kind. Hahaha! Wo bist du, du Freak? Ich sehe gar nichts. Hallo? Hallo? Oh! Da bist du, du hässliches Gesicht des Todes! Du starrst mich an, ich starrte zurück. Wer blinzelt als erstes? Der hat verloren. Ich kann das den ganzen, den ganzen Abend machen, du Arschloch! Das müsste ja da sein. Nach alle Zeit der Welt. Du kannst nicht hier rein. Bleib da stehen, ich muss das reparieren. Gott, der kommt, verflucht doch mal! Idiot. Du bist ein schlechter Verlierer. Wo ist er? Hahahaha! Huuuuh! Das Kind geht mir so auf den Sack. Huuuuh! Natürlich! Dieses Spiel ist absolut bescheuert! Ich bin raus, Herr! Ich bin raus, Herr!